Ja, ich bin jetzt auf Wander-Tour Opa Da ist irgendein Scheiß Später an Das ist meine Wandergruppe, die ist richtig cool Schwirrbrudaaaaa Ja, heute hat mir schon eine gesagt, ich soll die Mucke Ich entferne mich einfach ganz dezent Von der Gruppe Und lass die Mucke laufen Als ob sehe ich so aus oder Ich schon, ich veröffentliche immer Ja 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 Die Bäume veröffentlicht natürlich Ja Das muss der Mensch sehen Ja Ja Doch, doch Ja Hallo TK5 Wie geht es dir? Ja Fühlst du dich richtig Sorry Geil Na, wer ist so dumm Oder so schlau und weiß Was das hier für eine Halsart ist Hier sieht man noch den Halskopf Ja 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 Hier ist ein Vogel Ja 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 Hier ist ein Vogel Und da ist Und da ist BUM Ja 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 Dann sieht man den hier Ist das ein Frosch? Ist das ein Frosch? Ja 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 Da sieht man noch einen White Hase Hier ist der Vater von Bambi Oder die Muda Ja Ja Hier ist Endstation mit dem Weg Dann geht es hier entlang weiter Und da ist ein Frosch Ja 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 Also Das war Ich bin Entfernung Und Jetzt Zwei 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 Da gibt es sogar einen Leerpfad Was ist das für ein Pilz? Hier ist irgendwas zum lesen Das sieht ein bisschen alt aus Martes, Martes Da gibt es auch Holz Hä? Ja, viel Spaß beim Was ist das für ein Pilz? 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 Hier sieht man noch den Halskopf Ich bin hier mal drüber gestolpert Es lag mitten auf dem Weg Und es ist da Das wissen wahrscheinlich die meisten Das wird schon schwieriger Was ist das? Und was zum Fick ist das? Das sieht doch auch nach demselben aus, oder? Das ist- Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kennt ihr das? Was ist damit? Das ist schon mal gesehen Ne, oder? Oder vielleicht auch Was ist damit? Wie das? oder vielleicht das? ja oder das? ja das ist Weide, das hier ist Trottbusche was ist das? das ist Fichte? so gehen wir weiter das geht gar nicht auf oder nicht? doch, die Eiche, die Eiche, das ist die Aspe ja der Kiefer Tanne, das ist die Voterle, oder Voterle, keine Ahnung das ist die Esche, die Esche, Douglasi und das ist die Birke, die darf man in Russland gar nicht fällen, sonst sterben die Verwandten macht Sinn, wa? und das ist der Holzapfel und ich glaube das riecht nach Apfel, ja deswegen heißt es so, ja und so habe ich 20 Minuten meines Lebens nicht verschwindet, aber investiert